Nummer 5 Der Polar H10 ist das perfekte Herzfrequenzmessgerät für Fitness-Enthusiasten, die maximale Präzision bei ihren Trainingseinheiten wünschen. Das Herzfrequenzmessgerät ist mit Bluetooth Smart, Endplus und 5 kHz Konnektivität ausgestattet und gewährleistet eine konstante und zuverlässige Herzfrequenzmessung. Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten und Apps, ist dieses Produkt ideal für jede Sportart, sowohl Indoor als auch Outdoor. Dank seines bequemen und stabilen elastischen Bandes ist es auch für die intensivsten Aktivitäten geeignet. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Das Garmine HRM Tri ist ein ideales Produkt für den Leistungssport, insbesondere für Triathleten. Das Herzfrequenzmessgerät bietet bis zu 20 Stunden Datenaufzeichnung, sodass Sie Ihre Herzfrequenz während des Trainings und der Wettkämpfe überwachen können. Sie kann auch problemlos im Wasser verwendet werden, was Sie zur perfekten Wahl für Schwimmer macht. Die Armbinde ist bequem und leicht zu tragen und verursacht bei sportlichen Aktivitäten keine Beschwerden. Bitte beachten Sie jedoch, dass es nur mit Garmine Uhren kompatibel ist. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Der Garmine HRM Dual Herzfrequenzmesser mit Band ist die ideale Wahl für Sportler, die Ihre Herzfrequenz jederzeit unter Kontrolle haben möchten. Dank der Bluetooth und N-Plus Technologie können Sie Ihren Herzschlag in Echtzeit direkt auf Ihrem Smartphone oder Ihrer Garmine Uhr überwachen. Die lange Akkulaufzeit und das verstellbare Armband machen dieses Produkt zu einem bequemen und praktischen Begleiter bei körperlicher Betätigung. Leider ist es jedoch nur mit Garmine Uhren kompatibel und nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Der Polar H9 ist das perfekte Herzfrequenzmessgerät für alle, die maximale Genauigkeit und Kompatibilität mit allen Arten von Trainingsgeräten und Apps suchen. Dank des hochwertigen Herzfrequenzsensors liefert sie zu jedem Zeitpunkt der Trainingseinheit genaue Herzfrequenzdaten. Darüber hinaus ist sie dank ihrer Wasserdichtigkeit bis 30 Meter ideal für den Wassersport geeignet. Was ihn jedoch wirklich einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig zu koppeln und seine vollständige Kompatibilität mit N-Plus und 5 kHz, sodass sie ihre Herzfrequenz auf mehreren Geräten überwachen können. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1 Der Herzfrequenzmesser Sigma ID-RAN HR ist der ideale Begleiter für Sport- und Laufbegeisterte. Sein kompaktes, leichtes Design sorgt für einen hohen Tragekomfort und das hintergrundbeleuchtete Display stellt sicher, dass die Daten auch bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich angezeigt werden. Dank des integrierten GPS können Sie Ihre Route, Ihre Geschwindigkeit und Ihren Kalorienverbrauch während des Trainings problemlos verfolgen. Die Wasserfestigkeit macht Sie auch bei Regen perfekt. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Der Herzfrequenzmesser Der Herzfrequenzmesser Der Herzfrequenzmesser Der Herzfrequenzmesser Der Herzfrequenzmesser